Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wir im Überlebensmodus, wir gehen weiter, währenddessen auf der E3 neue Mods, nicht Mods, sondern Add-ons vorgestellt worden sind. Und wie immer, zwei fürs Bauen, ein Story DLC. Ich denke mal, sie werden das so weiterführen, dass sie immer ein, zwei Bau-DLCs bringen und ein Story DLC, je nachdem wie lange die das machen, wird das bestimmt richtig geil. Also ich würde mir schon wünschen, dass sie so ungefähr vier Story DLCs rausbringen, weil die DLCs sind immer besonders gut, finde ich, bei Fallout 4. Aber darum soll es heute nicht gehen. Wir werden jetzt, ich weiß gar nicht, wohin gehen. Ehm, genau, die Direktorensitzung, wo ich höchstwahrscheinlich zum fetten Oberboss bestimmt werde. Und ich bin müde. Aber als Boss darf ich bestimmt in jedem Bett schlafen, egal ob deine Frau drunter schläft oder nicht. Es sei denn, mein Haus ist hier. Nein, das ist wieder das von meinem Sohn. Na gut, weil ich habe kaum noch AP, das ist ein bisschen kacke, aber egal. Ich bin noch höher. Ach komm, ist hier im Bett? Kann ich da schlafen? Weißt du, mein Sohn kann da schlafen, aber ich nicht. Pff, dann halt nicht. Dann gehen wir halt noch höher. So, haben wir es geschafft. Mein Kompliment, dass du B592 so schnell zurückgebracht hast. Wir freuen uns auf die Arbeit mit dir. Wieso setze ich mich auf den Stuhl meines Sohnes? Bin ich jetzt schon der Obermeister? Bin ich der Obermacker? Und jetzt? Hallo? Achso. Okay, warte, da war irgendwas. Ich setze mich nochmal hin. Ja, ähm, zur Sache kommen. Kommen wir zum wichtigen Teil. Ja, natürlich. Heute sind wir hier, weil es Zeit wird, sich endlich zu erheben und für uns selbst einzutreten. Nicht so dramatisch, Justin. Daran ist nichts dramatisch. Wir sind in der Position, etwas zu bewegen und zu behaupten. Darüber haben wir immer wieder geredet. Wer es noch nicht mitbekommen hat, offensichtlich gibt es im Commonwealth Gruppen, denen die Ziele des Instituts nicht gefallen. Da der Reaktor in Betrieb ist, können wir nicht nur die Synth-Produktion erhöhen, sondern auch wesentlich mehr Macht ausüben. Was ist das Ziel? Wohin soll das führen? Welches Ziel verfolgt das Institut? Also, das Direktorat hat beschlossen, dass Schritte nötig sind, um unsere Sicherheit auf lange Frist zu garantieren. Sprechen wir es doch einfach aus. Das Direktorat hat beschlossen, dass die Railroad und die Stehlerne Bruderschaft vernichtet werden müssen. Als zukünftigen Direktor wollten wir dir unsere Entscheidung mitteilen und deine Gedanken dazu hören. Also, was meinst du dazu? Ja, 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 ja. Konflikt vermeiden, Gewalt einschränken, angreifen, abwarten, was passiert. Ja, das ist ja, ja, schwere Frage, du. Das ist schwer. Das ist ja irgendwo, ja. Ich sag einfach mal Konflikt vermeiden, weil ich bin ja beim Institut, weil ich auf der guten Seite sein möchte. Ich finde, das Institut sollte es jetzt nicht noch schlimmer machen. Wir müssen Konflikte vermeiden und sie nicht beginnen. Liebend gern würde ich das Luftschiff am Horizont verschwinden sehen, aber das passiert nicht. Der Konflikt ist schon da. Wenn wir ihn jetzt nicht beenden, wird es noch schlimmer. Wir haben keine Wahl. Wenn wir als Sieger hervorgehen wollen, müssen wir schnell handeln. Als Direktor entscheidest du, wohin wir unsere Anstrengungen lenken. Wir würden gern wissen, welche Richtung wir einschlagen sollen. Erhöhen wir die Synth-Produktion oder konzentrieren wir uns auf die Waffenentwicklung? Ergebnisse? Wie würde das Ergebnis aussehen? Ich will die Entscheidung nicht leichtfertig treffen. Wenn wir die Synth-Produktion erhöhen, können wir mehr von ihnen zu unserer Unterstützung im Commonwealth einsetzen. Durch Waffenentwicklung würden unsere bisherigen Waffen verbessert und die Synths wären im Einsatz effektiver. Welche Richtung würdest du denn bevorzugen? Ich hab's lieber, wenn wenig Leute da sind, dafür aber starker, anstatt viele und die kippen einfach um wie die fliegen. Ich habe genug erlebt, um zu wissen, dass man mit Waffen Kriege gewinnt. Konzentrieren wir uns auf ihre Entwicklung. Wie du willst. Die Abteilung fortschrittliche Systeme liegt sofort los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das wäre erstmal alles. Ich glaube, Vater möchte sich mit dir nach der Besprechung noch unterhalten. Wenn du unsere Regeln und Richtlinien befolgst, könntest du wirklich der nächste Direktor werden. Ich bin der nächste Direktor. Ich habe eine dringende Nachricht für Z1-14. Ihre Quartiere wurden überflutet, Sir. Es besteht die Gefahr enormer Schäden an ihren Habseligkeiten. Z1-14 hat mir bei einem Projekt geholfen. Das hat wohl damit zu tun. Das Projekt ist zwar noch nicht ganz bereit, aber aufgrund der Überflutung muss es wohl reichen. Verstanden? Um unnötige Tragödien zu vermeiden, sollten Sie Z1-14 aufsuchen. Umgehend. Es geht los. Es geht los. Wir speichern ab. Gehe ich ja gar nicht. Uh, jetzt aber. So. Damit werden wir den Spielmodus wieder auf sehr schwer stellen. Und wir werden uns jetzt um die Railroad kümmern. Also wir werden die Railroad spielen. So, wo ist der Kollege? Also da müssen wir auf jeden Fall die Railroad platt machen. Ab und vor kommt natürlich noch... Äh, trifft dich mit Z1-14. Endlich ist es soweit. Das ist worauf wir immer gewartet haben. Guten Abend. Hallo. Wie ich gehört habe, war der abtrünnige Sünd in Libertalia eine echte Gefahr. Gut, dass er wieder war. So. Gut, dass du den abtrünnigen Sünd zurückgebracht hast. Aber jetzt ist dennoch die Bruderschaft immer unser Feind. Unterschüssige Energie dürfte zu höherer Effizienz und Produktivität... Z1. Warum hat R5 so lange gebraucht, sie zu erreichen? Wir müssen jetzt handeln. Die stählerne Bruderschaft hat den Unterschlupf der Railroad entdeckt. Was ist passiert? Was ist passiert? Eine Freundin, die im SEB tätig ist, hat etwas gehört. Sie hat eine Nachricht nach draußen geschmuggelt. Die Bruderschaft kennt das Versteck der Railroad. Im Moment können wir dazu nichts weiteres herausfinden. Schon die Übermittlung dieser paar Worte hat sie in große Gefahr gebracht. Glaub ich dir nicht. Diese Mistkerle. Wenn diese Mistkerle wissen, wo wir sind. Ich weiß. Ich hatte mir für die Organisation unserer Rebellion mehr Zeit erhofft. Aber uns geht eindeutig die Zeit aus. Sichern Sie die Railroad gegen die Bruderschaft ab und sagen Sie Ihren Leuten dann, dass wir bereit sind zu kämpfen. Gehen Sie jetzt. Okay. Warne des Dämoner. Ähm. Wo ist der Ausgang? Eigentlich kann ich schnell reisen, ne? Okay. Direkt mal dahin. Dann schauen wir mal. Das heißt, ich falle der Bruder... ...bei uns zu haben. Achso. Äh, ich falle Bruderschaft, sag ich schon. Ich falle dem Institut. Alles ruhig. Vorerst. Direkt in den Rücken. Während dessen ich der Direktor bin. Okay. Entschuldigung, ich hab zu tun. Aber wenn ich der Direktor bin des Instituts, da öffnen sich uns doch Möglichkeiten. Die sind unglaublich. Die Rebellion von Z1 ist bereit. Aber es gibt ein großes Problem. Die Bruderschaft ist auf dem Weg hierher. Was? Wovon redest du überhaupt? Das Institut hat von einem Überraschungsangriff Wind bekommen. Mein Gott. Schnell, nimm das hier. Tom hat es für dich gebaut. Denke mal, du wirst es brauchen. Alle anderen bereit machen zum Aufbruch. Bruderschaft im Anmarsch. Verteidigungsposition einnehmen. Unterstützt... Was hab ich bekommen? Gleisgewehr? Alter. Kannst du bitte funktionieren? Dankeschön. Mann. Gleisgewehr. Holy shit. Es war noch... Danke, King Julian. Danke. Ich... Nein, es war nicht King Julian. Es tut mir leid, King Julian. Du warst das nicht. Es war mein Neffe. Das, äh... Okay. Alles gut. Wir haben ein fettes Gleisgewehr. Komm und gebrochen. Bewegung. Bewegung. Verdammt. Die Sprengfalle im Fluchttunnel ist hochgegangen. Wer ist da? Erreicht und... Die Gefahr ist vorüber. Jetzt, weiter! Komm zurück! Dachte, ich hätte was gesehen. Ich mach die alleine platt aus dem Weg, Jungs. Wenn ich den treffe. Ich hab's mit dem Einsatzparater. Das? Geschafft. Wir brauchen Informationen, Leute. Bewegung. Es sieht so aus, als könnten wir uns das Gleisgewehr definitiv sichern. Bevor wir, äh, beim Institut weitermachen. Da kommt niemand mehr rein oder raus. Traum da? Die Bruderschaft ist in den Katakomben. Glory kümmert sich um sie. Keine Ahnung, wie lange sie das noch durchhält. Okay. Die Bruderschaft, oh Gott. Der ist Dämona. Wir sind abgeschnitten. Die Katakomben sind jetzt unser einziger Weg hier raus. Ich säubere die Katakomben. Tu das! Boah, tu das! Ist klar. Bisschen freundlicher, Madame. Das ist einfach genau wie bei den Übungen. Es ist vielleicht möglich, dass ich beides kombiniere. Das Institut und, äh, diese Quest, die wir gerade machen. Das wäre so genial. Keiner ist an mir vorbeigekommen. Verdammt, das brennt. Hör zu. Die Railroad hat vorher nur Däumchen gedreht. Ah! Ach, du bist das Beste, das uns je passiert ist. Versprich mir, dass du sie befreist. Alle. Wie schlimm ist das? Dieses Mal gibt es keinen Kommen. Sollte da nicht eigentlich ein Licht kommen? Das, äh, ging schnell. Was ist, äh, 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 wie sieht denn mein Visier aus? Was ist bei meinem Visier passiert? Egal, das ist bunt. Da draußen ist was. Holy shit. Oh nein, auf keinen Fall. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Oh nein. Das hatten wir beim letzten Mal gemacht. Komm. Hau doch einfach ab. Ach, Viktoria. Na ja, dumm ich auch. So. Was? Ihr! Ihr bei mir! Easy. Easy. Er hat doch gar keine Chance. Nein. Nicht so. Bereich durchsucht. Was zum Teufel? Was war das? Na, noch jemand? Ach, ich bin so eine Kampfmaschine, Freunde. Ähm. Komm. Nehmen wir den kleinen hier. Damit die auch mal eine Chance haben. Und ich ein bisschen mit meiner Pistole spielen kann. Komm, das war doch nicht alles. Da ist doch noch was. Bestimmt hier im Gang, ne? Ein Hinterhalt. Ausschwärmen. Bin unter Beschuss. Kannst du doch sterben? Ich muss hier einiges einstecken. Dammt. Ah, die Pistole ist doch cool. Zwing mich nicht, dich zu tun. Wieso habe ich aufgehört mit Pistolen zu spielen? Ach genau. Wegen der Entfernung. Ha! Ha! Netter Versuch. Was wird sie? Sie wird sterben. Hast du recht. So, sprich mit Testemona. Perfekt. Ah, Deacon. Hallo. Hi. Da verlasse ich für eine Sekunde das Hauptquartier und schon greift die Bruderschaft an. Verdammt. Aber offenbar habt ihr sie ja besiegt. Ihre Voltibals verziehen sich gerade. Wie schlimm war es dort unten? Wie haben die uns gefunden? Bei der Vorbereitung für den großen Einsatz gegen das Institut. Nun, da war eine Menge Kommen und Gehen beim Hauptquartier. Jemand muss einen Fehler gemacht haben. Glory ist tot. Scheiße. Glory? Das ist ein Albtraum. Hoffentlich weiß Des, wie es weitergeht. Red mal mit ihr. Ja, tschüss. Ich hoffe es. Desdemona. Du hast sie allesamt getötet. Und du stehst noch immer. Wenn man das doch nur auch von Glory sagen könnte. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Die Bruderschaft hat uns deutlich unterschätzt. Ihr nächster Angriff wird um einiges schlimmer werden. Also tun wir das, womit niemand rechnet. Wir eliminieren die Bedrohung der Bruderschaft. Jetzt. Und der Schlüssel dazu ist die Zerstörung ihrer fliegenden Festung. Der Pridwen. Zum Glück haben wir einen Notfallplan hierfür. Tom, wir aktivieren Operation Roter Glanz. Was? Aber für Roter Glanz brauchen wir einen Vertibird der Bruderschaft. Dann wird Bullseye einen für dich besorgen. Hm. Was ist mit dem Institut? Das Institut ist nicht die direkte Bedrohung. Das ist die Bruderschaft. Darum brauchen wir diesen Vertibird. Das ist nicht einfach. Das ist ein echt heftiger Auftrag. Du hast bisher noch alles hinbekommen. Die Bruderschaft hat die Polizeistation von Cambridge besetzt. Beobachter in der Nähe melden, dass dort so gut wie immer ein Vertibird auf dem Dach steht. Schnapp dir den. Und Tom? Du begleitest ihn. Ich? Im Feld? Niemand sonst kann das verdammte Ding fliegen. Tu es für Glory. Abmarsch. Geht klar. Vielleicht können wir irgendwie so eine Kombination machen, dass die sich wieder vertragen. Das Institut und die Railroad. Das wäre doch was. Lass die gemeinsam zusammenleben. Vereint. Ich glaube zwar nicht, aber egal. Aber wenn es funktioniert, dann werde ich das auf unserem Survival-Spielstand auf jeden Fall rekonstruieren. So viel steht fest. So. War das nicht hier um die Ecke? Ach, da müssen wir hin. Na gut. Das heißt, wir gehen auf die Prilwin und machen da alles kaputt. Ja, wieso nicht? Kann man hier machen. Meine Rüstung steht da oben noch. Egal. Ist eine alte Rüstung. Da kommen wir jetzt sowieso nicht mehr hin. Können ja da nicht mehr hinreisen. Da ist der Tüftler. Und Deacon. Willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben, es war ziemlich ruhig ohne dich. Ja, klar. Also legen wir los. Also ich bin bereit. Hi. Mann, wie könnt ihr hier oben nur leben? Hier gab es früher mal Raider. Vermiss sie aber nicht sonderlich. Bruderschaft oder... Du weißt schon. Überwacht? Was meinst du damit? Das Institut hatte hunderte von Jahren Zeit überall hochmoderne Sensoren, Kameras und sonstige Technologie zu verstecken, Mann. Der Stein da könnte verwandt sein. Hallo, ihr Drecksäcke? Aber egal jetzt. In der Polizeistation wimmelt es nur so vor Bruderschaftssoldaten. Mindestens einer mit Powerrüstung. Aber wie versprochen, steht ein Verti-Bird auf dem Dach. Willst du das wirklich durchziehen? Wie sicherlich? Gehen wir. Wird ein paar Minuten dauern, bis ich den Verti-Bird abflugbereit habe. Als erstes müssen wir also alle Feinde in der Polizeistation erledigen. Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Okay, äh... Nuch für den Fall, dass wir gleich weiterkämpfen. Wie viel Schaden macht unsere Pistole jetzt? Sieben und Fünfzig war gar nicht mal so schlecht. So, dann schleichen wir uns mal an. Das ist wohl nur meins. Wisst ihr noch damals, als wir hergegangen sind? Da haben wir noch geholfen. Das ist ein Raider. Oh, das ist ritter heiß. Ich glaube, der ist ein bisschen tankiger. Und du da oben? Nicht nett. Nicht nett. So, und schon hast du keine Mütze mehr. Und dein Kopf ist total angeschätzt. Ja, das ist eine halbe Rüstung verloren. Wie soll ich dich denn... Alter, Tüftel-Tom. Mach keinen Scheiß. Ich bin getroffen. Wir haben ja verloren. Für ältester Maxen. Der ist auch so gewidot. Freue mich schon, seine Sachen zu nehmen. Lang lebe die Bulle. So, Jungs. Abmarsch. Wir gehen rein. Adrenalin. Wow. Er will. Wir haben's geschafft. Wir haben's doch. Wir haben's doch. Wir haben's doch. Irgendwas von Shakespeare. Über Tod und Unterwahrung. Er ist ohne getroffen. Was musst du denn da oben? Hä? Der ist nicht mehr explodiert. Zu gut. Ich hab's gehört. Wir mähen unseren Druck nieder. Keine Gnade. Aus dem Weg. Nein. Nein. Oh Gott. Nicht so. Nein. Alle 20 Sekunden eine Chance von 30% Nachkampfangreifer an Brand zu setzen. Cool. Ich hatte gehofft, die wären alle schon tot. Gerade du. Maxen. Wieso bist du im Knast? Was stimmt mit dir nicht? Also. Los. Lass mich nicht zurück. Wo sind die hin? Anwärter. Wieso ist der eingesperrt? Was ist denn los? Was ist denn los? Glauben die die ersten sind? Das wär's. Ich versteh's zwar nicht, aber... Ich verschwinde hier. Klack. Warum ist der eingesperrt? Hä? Hä? Gebe in Warnung. Egal. Alter. Gehen wir aus dem Weg? Ich glaube, draußen sind noch ein paar. Ah ne, wir müssen wahrscheinlich auf dem Dach und die Zielmarkierung ist scheiße. Schon wieder kämpfen. Toll. Wir haben's geschafft. Wir haben's doch geschafft, oder? Ich glaube, das war, weil er der Anwärter von, ähm... Wie hieß der Türpel nochmal? Äh, unserem Kollegen war. Deswegen wurde eingesperrt. Nehm ich jetzt mal stark an. Ich hab so das Gefühl, dass meine Leute zum Blödsinn zum Hoch kommen. Darum müssen wir erstmal hier in diese Tür gehen und dann müssen wir jetzt wahrscheinlich rausgehen, ne? Au, was ist zum... Ey! Ihr seid doch alle tot. Hey! Ich will dich nicht mehr bös machen, aber ich glaub, wir sind nicht allein. Wirklich? So nah. Ah. Hm? Da bist du doch. Entschuldigung. Endlich haben wir ein Fahrzeug. Oder ein Flugzeug. Oder was auch immer. Wir machen es so. Sobald der Vertibird fertig ist, fliegen wir damit hoch zur Pridvin und legen dort an. Von innen ist der Zeppelin verwundbar. Der Vogel wird durch gewaltige Gassäcke mit Wasserstoff in der Luft gehalten. Wasserstoff, ja. Leicht entzündbar. Wirklich? Der ist voll mit Wasserstoff? Helium ist verdammt selten. Das einzige Gas, das häufig genug vorkommt und leicht genug ist, ist die gute alte Nummer eins des Periodensystems. Wasserstoff. Wie sieht meine Holle bei der Sache aus? Deine Aufgabe ist nicht einfach. Du musst diese Sprengladung irgendwie an den Gassäcken befestigen. Dann schleunigst zurück zum Vertibird, wir verziehen uns und dann heißt es Bye Bye Pridvin. Die Flugvorbereitungen brauchen ihre Zeit und die Bruderschaft wird uns die nicht einfach so geben. Wenn also Paladine auftauchen, halt sie mir und dem Vogel vom Leib. Verteidige den Vertibird. Na gut. Wo sind die Mädels? Ich mach sie alle kaputt. Also, im Handbuch steht, äh... Ah, genau. Ähm... Wo ist der Hauptschalter? Da kommt ein Vertibird. Scheiße. Öldruck? Passt. Wo? Oh Scheiße, ich mach das schon so schnell ich kann. Was macht das Bedienfeld da eigentlich überhaupt? Du wirst zu Boden gehen. Das Ding verliert überhaupt kein Leben. Okay, jetzt plötzlich oder was? Nee. Ich muss nicht gerade unendlich leben. Ja gut, dann halt nicht. Irgendwie bringt's das nicht, oder? Immer schön ins Gesicht. Komm schon. Ins Gesicht. Alter, der hält was aus, alter. Ja, dann lass es. Oh, wie shit. Okay, okay. Ich brauche mal eben zwei Stimpacts. Ach, der hält weniger aus. Okay, du willst Stress, ja? Okay, so treffe ich ihn im Leben nicht. Alter, wie soll ich dich nicht treffen? Ganz ehrlich. Okay, ich glaube, mit der Pistole sind wir da ein bisschen besser dran. Will ich einfach den Piloten treffen? Anscheinend nicht. Ja, nee, ist, ist klar. Mach dem doch keinen Schaden. Ach, jetzt plötzlich verlierst du Leben, oder was? Der Pistole ist fertig. Bereit zum Abflug. Auf geht's, ab geht's. Uh. Toll. Höhen. Wird bestimmt lustig. Komm, steig ein. Ähm. Dicken. Hey. Was brauchst du? Das Wichtigste zuerst. Ich habe was von der Bruderschaft mitgebracht. Frohe Weihnachten. Aber noch wichtiger, Tüftel-Tom wartet im Vogel auf uns. Los geht's. Was hast du mir mitgebracht? Lass mal Granaten. Lass mal Gewehr. Wow. Rockets roter Glanz. Also, äh, Abflug? Ich hoffe, du kannst das Ding wirklich fliegen. Also, dieser Steuerknüppel. Alter. Ich dachte, du kannst dieses Ding fliegen. Klar, sicher. Hab das Handbuch komplett gelesen. Das Handbuch? Wow. Hey, wir schmieren ab, verdammt. Oh, Mann. Reiß dich zusammen. Siehst du? Ein Kinderspiel. Großer Gott. Wir werden sterben. Ja, wir sind des Todes. Geht hier auch mal irgendwas in die Luft? Alter, halt das Ding ruhig. Okay. Zeit für die letzte Besprechung. Dank deiner farbenfrohen Vergangenheit mit der Bruderschaft geht die Party los, sobald sie dich entdecken. Du solltest dich also nicht sehen lassen. Ich habe dir diesen Stealth-Boy besorgt. Vielleicht hilft's. Wahrscheinlich wirst du trotzdem aufliegen. Dann würde ich rennen, die Bomben legen und irgendwie versuchen, da lebend rauszukommen. Das wird eine verdammt üble Schießerei. Ich benutze kein Stealth-Boy mehr. Ich bin nie wieder. Ich bin nie wieder. Und meine Aufgabe ist es, wie üblich, dir Rückendeckung zu geben. Das scheint von hier oben aus, ne? Ist da deine Spielkacktab? Dann ist das nicht mehr so schön. The fuck? Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Euer Serum. Tschüss. 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 Vielen Dank.